Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Bitcoin Verstehen Podcast, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Wir haben ja schon vor einer ganzen Weile, nämlich in der zweiten Folge, darüber gesprochen, was Bitcoin eigentlich ist. In der zweiten Folge haben wir das Ganze relativ objektiv und rudimentär aufbereitet. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, dass Bitcoin erfunden wurde von dem Pseudonym-Sack Toshi Nakamoto. Wir haben auch darüber gesprochen, dass niemand weiß, wer dahinter steht, also ob es ein Mann ist, eine Frau oder eine Gruppe. Haben die Ansatzpunkte erklärt, also die Idee, die hinter Bitcoin steht, dass es sich eben um ein dezentrales Netzwerk handelt, dass die Gesamtanzahl begrenzt ist, dass man niemandem vertrauen muss, weil eben dieses dezentrale Netzwerk einen Austausch von Werten ermöglicht, ohne dass es eben diese eine zentrale Instanz in der Mitte gibt. Aber, und darum soll es unter anderem heute gehen, es ist ja so, dass Bitcoin für jeden was anderes ist. Und im Verlauf der Zeit ändert sich auch die Einstellung von jedem, der sich mit Bitcoin beschäftigt, ein wenig. Ja, im Verlauf der Zeit hat Bitcoin immer eine andere Bedeutung. Also die Erfahrung habe ich gemacht, die Erfahrung hat auch Jonas gemacht und, naja, die meisten Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, machen ähnliche Erfahrungen. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, dass wir in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder darüber sprechen möchten, was Bitcoin denn eigentlich für uns Stand jetzt ist. Und darum soll es heute gehen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal an dich die Frage stellen, Jonas, was ist denn Bitcoin für dich aktuell? Aktuell vor allem, ja. Das ist eine verdammt gute Frage. Das hat sich natürlich jetzt auch, nachdem ich so auch letzte Woche nochmal die zweite Folge nachgehört habe, habe ich bemerkt, okay, da hat sich einiges geändert. Und es ist wirklich immer ein bisschen im Wandel, das stimmt, ja. Und es ist auch ganz cool, wenn man sich anderen Leuten unterhält darüber oder auch so ein bisschen bei anderen Podcasts hört, kommt es natürlich häufig auf, dieses Thema, dass man sagt, kippt, es ändert sich immer wieder und für jeden Menschen ist es auch was anderes einfach. Und deshalb, wie du gestern gesagt hast, ist es bei uns jetzt ein bisschen subjektiver gerade und vielleicht einfach auch eine Momentaufnahme. Und für mich ist es einfach gerade eher so die Richtung allgemein gesprochen so eine Art Gegenstück für das aktuelle Finanzsystem. So sehe ich es gerade und damit beschäftige ich mich auch. Und allgemein ist es für mich so eine Art Augenöffner gewesen beim Thema Geld und Finanzen, was glaube ich für viele der Punkt ist, war ja bei dir auch, glaube ich, auch so. Ja, 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 auf jeden Fall. Dass man sich am Anfang erstmal natürlich so, man beschäftigt sich mit Bitcoin und denkt, okay, was ist das Ganze, oh, das ist ein großer Preis, der nach oben springt, vielleicht das Investment am Anfang war für mich auch so. Und irgendwann gelangt man dann so an den Punkt, dass man sich denkt, okay, Bitcoin ist das, aber was ist denn überhaupt, was passiert jetzt eigentlich gerade in unserer aktuellen Form? Was passiert mit unseren Banken? Was ist mit unserer Euro überhaupt? Also man macht sich Gedanken darüber, wie das Geld entstanden ist, welche Funktion hat Geld überhaupt? Und das ist jetzt für mich auch so der Punkt, weil ich mich davor nie damit beschäftigt hatte. Und jetzt ist es das erste Mal wirklich so ist, dass ich die Welt so ein bisschen, wenn man es hart ausdrückt, mit anderen Augen sehe, weil ich einfach dieses Thema, den Euro, den ich in der Hand habe oder jegliche Transaktionen, die man so durchführt oder auch andere politische Sachen, die passieren, man sieht sie einfach durch einen anderen Blickwinkel so ein bisschen. Und deshalb ist, glaube ich, für viele Menschen so ein Eintrittstor da rein, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, was ist überhaupt Geld? Was ich ganz cool finde, weil wir es ja auch in der Schule eigentlich überhaupt nicht lernt. Da gibt es überhaupt gar keinen Einsatz. Man lernt ja, dass es unterschiedliche Währungen gibt, wie den Dollar oder den Euro. Man weiß vielleicht, dass es Gold gibt, aber das war es dann dazu. Also wirklich eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Geldsystem an sich hat man nicht in der Schule. Genau. Und das ist das erste Mal, dass man, glaube ich, dass viele damit wirklich plötzlich anfangen zu lesen, okay, wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie ist dieser Euro, der Dollar oder der deutsche Markt damals dann entstanden, wenn man es noch kennt? Und ich glaube, das ist schon eigentlich ein ganz, ganz großer Vorteil von Bitcoin und den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, weil es einfach so ein bisschen so ein Auslöser ist und ein Aufklärer auch ist und dass es aber eigentlich umsonst ist, weil dich ja keiner dazu zwingt, das zu machen. Aber das passiert halt automatisch dann. Und das finde ich ganz cool. Und ich glaube, das ist für viele gar nicht so schlecht, sich mal damit auseinandersetzen, weil wir ja, wie schon häufig gesagt haben, tagtäglich mit Geld auseinandersetzen und nicht wissen, aber was es wirklich ist. Und das ist so der erste Punkt für mich. Und in dem Zusammenhang natürlich auch, dass es einfach für mich einfach eine komplett neue Geldform ist. Wir haben ja die letzten Wochen häufiger darüber gesprochen gehabt, was überhaupt Geld ist und was es bedeutet und ob zum Beispiel jetzt Bitcoin oder Gold oder die Fiat-Währung, wie wir sie aktuell ja haben, ob das überhaupt Geld ist. Und für mich ist es einfach Bitcoin so gesehen die nächste Stufe in dieser Entwicklung, weil Gold war für uns immer so bis jetzt mit den Eigenschaften am besten, weil es begrenzt ist. Man kann es schwer herstellen, kam aber irgendwann an die Grenzen dran, weil es einfach physische Form hat. Das heißt, man kann es schlecht lagern und man kann es schlecht transportieren. Und das konnte dadurch einfach auch von der Regierung oder von anderen Sachen eingezogen werden, konfisziert werden. Und da kam irgendwann halt das Problem, dass man da gestoppen musste. Und dann hat man irgendwann eingeführt, okay, wir lagen jetzt dann im Tresor oder in der Bank und versuchen unsere Schuldscheine, woraus natürlich unsere ganz normalen Geldscheine entstanden sind. So wie man es sieht. Und da ist man irgendwie stehen geblieben so ein bisschen. Und dann kam halt die Regierung und sagt, komm, wir machen jetzt die Fiat-Währung, weil die einfach einfacher sind. Und wir können halt dann die Geldmenge ausweiten, weil wir dann, je nachdem wie man es sieht, dynamisch die Geldmenge ausweiten kann, weil man damit die Wirtschaft ankurbeln kann, weil man bessere Investitionen tätigen kann. Und da sind wir jetzt halt stehen geblieben. Das ist halt der Punkt. Okay, das heißt, für dich war Bitcoin im ersten Schritt mal ein Anreiz, dich mit dem Geldsystem auseinanderzusetzen, beziehungsweise der allererste Schritt war eigentlich zu hinterfragen, was hat es mit Geld eigentlich auf sich und warum haben wir den Euro und warum hat der Euro einen Wert von einem Euro? Und bevor du dich mit Bitcoin auseinandergesetzt hast, naja, kam der Gedanke gar nicht in den Sinn, weil das einfach ganz normal war. Du bist halt mit dem Euro zum Bäcker und hast dir dein Brötchen gekauft, ohne das zu hinterfragen, warum wir jetzt den Euro nutzen. Genau, so wie es wahrscheinlich 99% der Menschen auch machen. Ja klar, ich meine, es war schon immer so, wieso sollte es anders sein? Und man braucht ja irgendeine Form von Zahlungsmittel, also warum sollte es nicht das Geld sein? Und für dich war dann Bitcoin praktisch so der Startpunkt, um das ein bisschen zu hinterfragen, beziehungsweise du hast dich dann damit auseinandergesetzt und darin anschließend, als du ein bisschen Wissen dir angeeignet hattest, dann hat festgestellt, hoppla, vielleicht kann man das anders machen oder vielleicht hat das System an sich ja einige Schwachstellen, die du dann eben hinterfragt hast. Genau, richtig. Und wie gesagt, am Anfang war das überhaupt nicht so. Wenn man noch unsere zweite Folge nochmal anhört, da war das ja eigentlich überhaupt kein Thema. Wir haben ja komplett andere Sachen besprochen, aber diese objektiven Sachen, die wir damals besprochen haben, sind sozusagen die Basis, die Grundlage dafür gewesen. Weil alles andere da, was wir jetzt darüber sprechen, ist ja darauf aufbauend. Und genau. Und der nächste Punkt war halt dann eben, dass man das Ganze so gesehen als, wie du schon gesagt hast, als Gegenstück sozusagen zum aktuellen Finanzsystem sieht. Wenn man plötzlich sagt, huch, was ist das jetzt hier eigentlich? Wie funktioniert eigentlich das, was wir gerade haben? Also unsere Banken, die Zentralbanken, was wir ja auch schon häufiger besprochen hatten in den letzten Wochen. Ja. Und plötzlich hast du halt dieses Gegenstück Bitcoin und denkst, hm, könnte man sich ja mal genauer angucken, was da jetzt gerade passiert. Und da ist halt für mich der große Punkt einfach, wenn man sich das mit Bitcoin mal, wenn man auch mal die Frage zurückgeht, was ist Bitcoin, ist es, wenn man so sieht, hatten wir in der zweiten Folge damals auch darüber gesprochen, dass man bei Bitcoin einfach niemandem vertrauen muss. Das ist ja dieser große Punkt, den wir ja schon immer angesprochen hatten, dass es eigentlich das erste wirklich Netzwerk ist, dass wir global transferieren können, interaktieren können mit Werten. Aber wir müssen niemanden kennen, wir müssen niemandem vertrauen, das funktioniert einfach. Und das ist für mich das komplette Gegenteil zu dem, was wir jetzt in unserem aktuellen Finanzsystem haben. Einerseits natürlich, ich muss meiner Bank vertrauen, ich gebe mein Geld meiner Bank, wenn sie dort ist, ist es vor Ort. Die hat theoretisch, die Bank hat theoretisch in Anführungszeichen die Macht darüber. Sie kann heutzutage Konten sperren, das ist auch schon passiert natürlich, gerade bei kriminellen Aktivitäten. Kennen wir ja auch alle, vielen ist ja auch zum Beispiel auch bei den Zahlungsdienstleisten, was das gleich ist. PayPal unterbricht deine Zahlung oder sperrt dein Konto, weil du, keine Ahnung, zu viel Geld von Leuten, von Freunden eingesammelt hast und die plötzlich sagen, okay, du machst hier irgendwelche illegalen Geschäfte. Das heißt, das alles passiert alles auf Vertrauen. Und genauso auf einer höheren Ebene ist das Ganze, wir wissen, dass die Zentralbanken ja die Geldmenge des Euros, wie wir ja haben, dynamisch anpassen können. Das heißt, wenn wir Probleme haben, wenn wir die Wirtschaft ankurbeln wollen, dann müssen wir halt eben mehr Geld generieren, um halt das Ganze in den Markt zu bringen, mehr Kredite auszugeben. Und das heißt, wir vertrauen darauf, dass diese Menschen, das ist eine Gruppe, keine Ahnung, wie genau das funktioniert, ist ja auch erstmal relativ egal, aber wir vertrauen darauf, dass diese Menschen gut mit dieser Aufgabe umgehen. Denn das Problem ist halt, wenn sie jetzt plötzlich sagen, wir machen die doppelte Menge an dem Euro, dann ist plötzlich, haben wir da natürlich Gefahr, dass die Kaufkraft eben verliert, dass es zu einer Inflation kommt, was wir in den letzten Wochen ja auch schon einige Mal besprochen hatten. Und deshalb haben die eine große Aufgabe, eine große Verantwortung und wir vertrauen ihnen halt eben komplett. Und das ist das große Problem. Siehst du da ernsthaft die Gefahr, dass es irgendwie, ja, das so ein bisschen, hört sich ein bisschen lächerlich an, aber dass es vielleicht drei, vier, fünf Männer und Frauen gibt an der Spitze, die dann irgendwie sich ins Fäustchen lachen und sagen, haha, wir können hier Geld drucken, wie wir wollen und wir sind die Ersten, die das neue Geld haben und wir werden reich auf Kosten aller anderen. Also siehst du da wirklich die Gefahr oder glaubst du daran, dass es so ist? Ich habe da einen ganz coolen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen oder gehört hatte, war die Aussage, die ich ganz gut fand in die Richtung, ich glaube, die meisten verstehen das gar nicht, dass es so ist, sondern sie denken erstmal, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel jetzt in der schlechten Phase die Wirtschaft ankurbeln. Das heißt, wir müssen relativ viel Geld bereitstellen, aber sie denken gar nicht daran, was am Ende kommt dann. Okay, also du glaubst nicht, dass sie einen bösen Hintergedanken haben oder vorsätzlich handeln, um sich zu bereichern, aber für dich ist halt die Konsequenz, dass alle anderen dann entreichert werden. Genau, weil wir wissen es alles, es gibt immer schwarze Schafe, es gibt immer Menschen, die wir alle Menschen sind halt einfach, wir sind egoistisch so gesehen und wenn du halt diese, die Macht hast, diesen Anreiz hast, dann wird das irgendjemand machen, auf jeden Fall immer. Weil theoretisch könntest du ja, diese Fiat-Währung ist ja einfach, nochmal ganz kurz zu erklären, dass einfach, dass die ausgegebenen Scheine nicht an irgendeine begrenzte Menge gekoppelt sind. Das heißt, die sind einfach variabel gestaltet von irgendjemandem. Auch die könnte man ja sagen, okay, wir begrenzen die auf 100 Millionen zum Beispiel, kann man ja sagen. Das Problem ist aber halt, wer garantiert dafür, dass es wirklich so bleibt, weil irgendein Anreiz hat immer jemand dafür und dann wird es auch jemand machen und das war schon immer so und es wird auch wahrscheinlich immer so bleiben und deshalb erstmal nicht, dass man, auf der einen Seite natürlich gibt es die schwarzen Schafe, auf der anderen Seite gibt es aber auch die, glaube ich, dass man, man macht es halt einfach, um den ersten Effekt zu haben, zum Beispiel Wirtschaft anzukurbeln und man denkt aber nicht so weit, was es nachher für andere Menschen bedeuten könnte, dass es zum Inflation kommt. So würde ich es, glaube ich, mal ausdrücken. Okay. Also du siehst keinen Bösen irgendwo an der Spitze, außer natürlich die schwarzen Schafe, die es vermutlich überall in der Gesellschaft gibt. Man kann nicht ausschließen, dass auch dort welche sind. Richtig. Aber dass es jetzt nicht deren Anreiz ist, zwingend sich selbst zu bereichern, auf Kosten aller anderen. Genau. Aber allein die Tatsache oder die Gefahr, dass das überhaupt möglich ist, ist ja schon ein Punkt, den man eigentlich ausschließen sollte. Ja, kann man kritisieren, dass das möglich ist. Genau. Und dadurch ist halt so gesehen, um zurückzukommen, ist halt Bitcoin genau das Gegenteil davon, weil dort ist es einfach überhaupt nicht möglich. Das heißt, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen darüber, dass irgendjemand die 21-Millionen-Grenze erhöht. Es funktioniert nicht. Also du entziehst so gesehen bei Bitcoin automatisch schon diese Macht den Menschen oder dieser Gruppe, weil es niemals dazukommen werden kann. Und das heißt, man muss sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und ich glaube, das finde ich persönlich schon echt einen coolen Punkt und einen guten Punkt, den wir uns, glaube ich, gar nicht so richtig greifen können, weil wir unsere Systeme bis jetzt nicht so waren. Man konnte irgendwie immer irgendwas beeinflussen und bei Bitcoin geht es eben nicht, weil es einfach so ein dezentrales System ist. Und das hat so viele Auswirkungen auf unser normales Leben theoretisch, auf unsere Wirtschaft. Und wie gesagt, weil ja keiner das einfach manipulieren kann oder dynamisch anpassen kann. Und die können wir uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig, können wir noch gar nicht richtig greifen, glaube ich, was das bedeutet. Ja, es hört sich auch immer so ein bisschen lächerlich an, wenn einer so, ja, ein bisschen provokant fragt, wie ich gerade, ob man wirklich davon ausgeht, dass da jemand Böses an der Spitze sitzt, der sich bereichern möchte. Allerdings haben wir in der Folge mit dem Alexander schon drüber gesprochen, dass es ja wahrscheinlich auch nicht vorsätzlich, aber es hat sich halt so nach und nach eingeschlichen, in den USA genauso ablief mit dem Goldstandard, dass die USA ja die Goldreserven der Welt verwaltet haben und erst als Frankreich dann angefangen hat, mal nachzufragen, wie sieht es denn aus, können wir unser Gold auch wieder haben? So war ja zumindest unser Stand, ist dann ja so nach und nach herausgekommen, dass die USA viel mehr Dollar drucken, als sie eigentlich Goldreserven halten und wahrscheinlich war das auch nicht so gedacht von den USA zu Beginn, dass sie jetzt auf Kosten aller anderen sich bereichern wollen, aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass derjenige, der Macht hat, die Macht auch ausnutzen wird und insofern ist Bitcoin schon ein interessantes System dahingehend, wie du gesagt hast, dass es dort eben einfach nicht möglich ist. Genau und wenn man dann noch eins weitergeht, ist es für mich halt eben, wenn man das so sieht, eine komplette Ab, vor allem eine kleine Zusammenfassung zu dem Thema, was ich jetzt für mich Bitcoin darstellt, ist es halt einfach eine Absicherung gegen dieses System, weil das ist einfach die, das ist einfach die erste Möglichkeit, auch da einen Wert rauszuziehen aus diesem System an sich, weil wenn man jetzt davon ausgeht, ich, wir gehen jetzt zum Beispiel arbeiten, wir erarbeiten Werte, indem wir einen Lohn haben oder wir kriegen Einkommen oder was auch immer, entweder Speich ist ein Euro, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass irgendjemand das ein bisschen manipuliert, da muss ich drauf vertrauen und viele Menschen haben das ja von früher schon gemacht, dass sie dann zum Beispiel Immobilien gekauft haben, das ist auch ein Wertspeich, aber auch da hast du das Problem theoretisch, das kann besteuert werden, du hast dieses Risiko, dass dein Haus abbrennt, das ist alles ja so. Kann enteignet werden unter ganz krassen Umständen. Genau, passiert genauso, das gleiche ist mit Gold passiert, weil Gold ja auch so ein Thema ist, was eigentlich niemand angreifen kann, aber Gold durch diese physische Lagerung wurde auch schon in den Anfang des 20. Jahrhundert auch schon konfisziert und auch jetzt haben wir ja gerade den Punkt, dass du, glaube ich, bis 2000 Euro dein Gold anonym kaufen kannst und danach musst du dich ausweisen. Das heißt, es ist ja auch schon so ein Punkt, wo man sich nachdenken müsste, aha, warum eigentlich? Ja, wen interessiert das und wen geht das was an, wie viel Gold ich kaufe? Genau und deshalb hast du eigentlich gar keine richtige Möglichkeit, wirklich große Werte rauszuziehen aus diesem System und Bitcoin bringt jetzt halt eben dieses erste Mal diese Möglichkeit, diesen Wert wirklich aus diesem System rauszuziehen, ohne dass jemand einen Zugriff drauf hat, weil eine Regierung kann dieses System nicht kontrollieren, das Netzwerk nicht kontrollieren. Das Einzige könnte sein, sie gehen zu dir nach Hause und sagen, Manuel, hast du ein Hardware Wallet oder hast du Bitcoin zum Beispiel? Und dann sagst du, äh, nee. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie sagen. Und weil theoretisch kannst du ja, wie wir oder du kannst sie verteilen. Das heißt, es ist das erste Mal wirklich so, dass es wesentlich schwerer zu konfiszieren ist und deshalb stellt es einfach, ähm, ja, eine krasse Absicherung gegen dieses, gerade dieses System ist sehr zentral, dass es sehr, ähm, inflationär ist, weil die Geldmengen ausgeweitet wird, ähm, stellt es einfach komplette Gegenteil dazu dar und ist für mich halt in der Hinsicht eine perfekte Absicherung gegen das Finanzsystem. Okay. Du hast ja schon angesprochen, ähm, vor, ja, fünf, sechs Minuten, aber es ging ein bisschen unter. Ähm, dann anknüpfen, was wir in den letzten Wochen besprochen haben. Ist Bitcoin Geld für dich oder, ähm, ist es noch auf dem Weg dahin, aber noch nicht endgültig als wirklich gleichwertiges Geld? Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall Geld. Die drei Eigenschaften, die wir besprochen hatten, die letzten paar Folgen, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Wertspeicher, im ersten Punkt auf jeden Fall ein Wertspeicher für mich. Ähm, es hat für mich die, ähm, Eigenschaften eines Tauschmittels, auf jeden Fall. Ich benutze es bloß noch nicht als Tauschmittel, weil für mich die, ähm, die, ähm, die, sogenannten Opportunitätskosten, Entschuldigung. Also die Möglichkeiten, dass es, dass es im Wert einfach steigt, ist für mich höher, als dass ich es irgendwie benutzen kann, nur damit ich anonyme, schnelle Zahlungen, in Anführungszeichen, schnelle Zahlungen durchführen kann. Das mache ich, deshalb mache ich es noch nicht. Und das glaube ich für viele so. Es muss natürlich erstmal ein Wertspeicher sein, bis ich nachher dann das auch als Zahlungsmittel benutzen kann. Ja. Und eine Rechnungseinheit bis dahin dauert es noch lange. Aber das hatten wir vorletzte Woche, glaube ich, schon besprochen gehabt. Das ist noch ein langer Weg bis dahin. Und um deine Antwort, äh, deine Frage zu beantworten, ja, also Bitcoin ist für mich Geld und vor allem in dem Punkt aktuell noch als, als, eher als Wertspeicher gesehen. Okay, also Wertspeicher unproblematisch, ja. Tauschmittel? Genau. Eigentlich auch, ja. Allerdings ist es so, dass du es eben noch nicht tauschen möchtest, weil halt, äh, die Möglichkeit besteht, dass es im Wert steigen könnte. Genau. Deshalb, äh, hast du keinen Anreiz zu tauschen. Aber wenn jetzt einer sagen würde, hey, dein Paar Tunschuhe würde ich dir für einen halben Bitcoin gerne abkaufen, dann würde es natürlich auch sagen, gut, bin ich bereit zu tauschen. Klar, das ist natürlich dann die Abwägungssache eben dann. Und bezüglich der Rechnungseinheit ist es halt für dich noch nicht so, dass du im Bäcker stehst und den einen Euro, der dein Brötchen eben kostet oder deinen Kaffee, äh, dann in Satoshis umrechnest. Also soweit ist es noch nicht. Aber das ist halt einfach nur eine Frage der Zeit, bis das gegebenenfalls dann eintreten könnte bei dir. Genau. Genau. Aber da ist ja für jeden ein bisschen was anderes ist, auch. Und jeder kann das ja auch anders sehen. Ich meine, es gibt sicherlich schon Menschen, die Sachen umrechnen in Bitcoin. Ja, ja, habe ich, äh, habe ich auch schon gehört. Bei den 21 Jungs, ähm, war auch einer, der hat auch gemeint, also er rechnet schon in Bitcoin. Fand ich dann auch interessant. Aber die werden sich auch schon länger damit beschäftigen als, ähm, die, die Mehrheit der Bevölkerung. Von daher kann das sein, dass das in fünf Jahren auch bei uns so ist. Genau. Richtig. Und, ähm, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, dass wir das jetzt mal umdrehen. Und ich dich befragen kann. Weil, ähm, deshalb die Frage, Manuel, was ist denn für dich Bitcoin? Du beschäftigst dich ja nämlich ganz so lange mit dem Thema, deshalb ist es noch, glaube ich, noch ein bisschen spannender. Ja, so, ähm, bei mir war es natürlich am Anfang so, dass ich, äh, auch über Bitcoin mir erst mal Gedanken gemacht habe, was Geld eigentlich ist und warum der Euro in meiner Tasse, äh, den Wert hat, den er eben hat. Also es war auch so ein Anreiz, dann das alles ein bisschen zu hinterfragen. Aber gar nicht unbedingt erst mal kritisch, sondern einfach mal sich damit bewusst auseinanderzusetzen, weil man das halt nie gemacht hat. Und, ähm, ich kam dann schon zu ähnlichen Überlegungen wie du, die du jetzt gerade dargestellt hast. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ohne dass ich groß technisches Hintergrundwissen hätte, ist einfach die Technik, ähm, weil es ja bis dahin unmöglich war, dass es eben eine Form gibt, Daten zu speichern, ohne dass die zentral verwaltet werden. Also eine sichere Datenspeicherung, die nahezu nicht angreifbar ist, ohne dass es eine Institution in der Mitte gibt, die sagt, ich verwalte die, gebt mir mal alle Informationen und ich schaue dann, dass es sicher ist und ich schaue auch, dass das richtig ist. Und vor allem ich als derjenige in der Mitte habe die Macht darüber, ähm, da gegebenenfalls auch Daten nicht mehr herauszugeben, wenn ich es mir anders überlege. Und von technischer Seite her, wie gesagt, ohne, dass ich, ähm, da große technische Kenntnisse hätte, finde ich, ähm, die Möglichkeit einfach auch irgendwo phänomenal, weil es das bis dahin halt überhaupt nicht gab. Aber für mich aktuell, Stand jetzt, am wichtigsten, ist so ein bisschen ein sozialpolitischer Punkt, weil, naja, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber die Welt ist halt ziemlich ungerecht. Und wir, ähm, haben einfach Glück, also wir, damit meine ich uns Europäer, die Amerikaner, auch die Schweizer natürlich, wir haben einfach Glück, in einem Land geboren, äh, zu sein, wo man für die Arbeit relativ viel Geld kriegt und das Ganze in einer Währung, die eben relativ stabil ist. Also klar, du hast gerade angesprochen, dass durch die Inflation natürlich eine gewisse Entwertung stattfindet, aber die zwei Prozent, die wir hier haben, ist halt einfach ein Witz im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Und, ähm, da muss man einfach sagen, dass es, dass es einfach irgendwo ungerecht ist, nur weil man im falschen Ort geboren wurde oder im falschen Land, dass man gezwungen ist, erstmal das Geld zu verdienen, das eben dieses Land hat. Also, ähm, ich hab, kann jeder nachschauen, ähm, auf Wikipedia gibt's eine Liste der inflationsreichsten Länder und die Top 3 sind da zum Beispiel Venezuela mit 65.374,1 Prozent Geldentwertung in einem Jahr, das war das Jahr 2018, oder, äh, Südsudan und Sudan mit 83,49 beziehungsweise 63,29 Prozent. Das ist, das ist einfach, äh, ja, es ist Wahnsinn. Die Leute kommen dort zur Welt, haben nur die Möglichkeit, die jeweilige Landeswährung zu verdienen und nahezu einfach keine Möglichkeit nennenswert, äh, ja, Vermögen aufzubauen, weil das Geld einfach mehr oder weniger von heute auf morgen, so in Venezuela oder, äh, Südsudan oder Sudan innerhalb eines Jahres fast 50 bis 100 Prozent der Kaufkraft verliert. Und das finde ich einfach, äh, Wahnsinn. Und es kann irgendwo nicht sein, dass es so ist, wie es ist. Und klar, die Leute dort haben die Möglichkeit dann, ähm, ihre Landeswährung in Dollar zu tauschen oder in Euro zu tauschen. Ich kenne mich jetzt mit den Gesetzen dort vor Ort nicht aus, aber das wird ähnlich sein wie hier mit dem Gold, dass man das dann auch anmelden muss, ähm, und vor allem ab einer gewissen Größenordnung dann mit Sicherheit auch begründen muss. Jedenfalls würde es so sein, dass irgendjemand dann dort weiß, wie viel der jeweiligen Landeswährung in, ähm, ausländische Währungen umgetauscht werden. Und das Interesse der Bevölkerung ist ja legitim. Ich meine, die gehen arbeiten, ähm, haben eine extrem schwierige Kindheit im Vergleich zu uns, weil, äh, ne, die werden einfach von Anfang an mit Armut konfrontiert. Das ist ja nicht so, dass die dort irgendwo in den Supermarkt gehen können und wie wir hier 100 unterschiedliche Marmeladen zur Wahl haben oder, oder Käse oder Wurstsorten. Und, ähm, obwohl die so schwierige Bedingungen haben, haben sie keine Möglichkeit, Geld zur Seite zu legen. Das heißt, für mich ist Bitcoin Stand jetzt eben, äh, ja, ein Instrument, dass Leute in Ländern, in, ja, Länder, die einfach extrem schlechte Startvoraussetzungen haben, trotzdem die Möglichkeit haben, Wert zur Seite zu legen und damit langfristig eine Möglichkeit, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Ähm, das hört sich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen blöd an, aber man selbst hinterfragt das einfach nicht, wenn man aus so einem, äh, aus einem relativ wohlhabenden Land kommt. Dann ist es einfach so. Das ist ganz normal. Aber, dass es halt in anderen Teilen der Welt ganz anders aussehen kann, das, äh, das hinterfragen die wenigsten. Und das, äh, finde ich, wie gesagt, Stand jetzt extrem spannend an Bitcoin, dass das halt ein Instrument sein kann, um das ein bisschen auszugleichen. Also, dass die Welt 100% gerecht ist, da, äh, das wird niemals passieren. Aber, dass es so ist, dass die, manche Leute einfach innerhalb eines Jahres oder ihr ganzes Vermögen verlieren. Einfach, weil sie da wohnen, weil sie da dummerweise dort geboren sind und andere Leute, äh, gar keine Gedanken sich darüber machen müssen, weil es halt, ja, 2% Inflation, was ist das im Vergleich zu, äh, 100% in einem Jahr? Also, ähm, das finde ich, finde ich nicht so optimal. Und da ist Bitcoin eben für mich gerade ein möglicher Ausweg. Ja, wobei man dann auch das sehen muss, also, es ist, es ist verrückt, weil wir es einfach auch selber, jetzt, gerade wenn wir in Deutschland wohnen oder im Euro-Bereich wohnen, ähm, für uns ist es wahnsinnig weit weg. Weil, wie du ja gesagt hast, sind ja eigentlich auch, gerade die Türkei ist ja auch da ein bisschen dabei, weil es nicht ganz so stark ist. Ja, die Türkei auch, die hat, glaube ich, die 13 oder 16% Inflation. Genau, allein, das hört sich noch relativ wenig an, in Anführungszeichen, aber man muss halt immer rechnen, dass es dann teilweise fast ein Fünftel deines, ähm, deines, deines Vermögens, das einfach so verschwindet über ein Jahr. Und das muss ich mir, das muss ich mir einfach auf den Kopf mal durchgehen lassen. Und, ähm, wir können uns das, glaube ich, einfach gar nicht vorstellen hier in Deutschland, dass es so ist. Aber die Grundlage ist die gleiche wie hier. Weil auch dort ist die Währung zentral verwaltet. Das ist eine Regierung, ein Staat, der das macht. Ja. Das ist auch dort eine klassische Fiat-Währung. Das ist überall so. Es gibt ja weltweit keine anderen. Ähm, nur, dass eben hier das Ganze ein bisschen stabiler ist. Und, ähm, deshalb ist es, finde ich das Spannende, dass einfach für jeden so ein bisschen was anderes ist. Für uns Bitcoin ist für uns wahrscheinlich, in Deutschland für die meisten, ist es immer noch so dieses klassische Investment-Thema. Oh, ich möchte Geld machen damit möglicherweise. Ja. Das ist natürlich auch völlig legitim. Kann ja jeder machen, wenn er möchte. Aber für andere Menschen ist es halt einfach eine, wie du schon gesagt hast, so eine Sicherheit, eine Absicherung und einfach was Lebensnotwendiges so ein bisschen da teilzunehmen an dem ganzen Ding. Weil ich dann einfach an dem globalen Finanzmarkt teilnehmen kann und nicht darauf angewiesen bin, dass meine Regierung, je nachdem wie sie sie handeln, ähm, damit gut umgeht. Und das finde ich auch ein echt spannendes Thema eigentlich. Ja, das Schwierige ist halt für die Leute in ärmeren Ländern, dass die, angenommen, sie haben die gleichen Möglichkeiten und gleichen Bildungschancen wie wir, dann wachsen die dort auf, reißen sich einen Arsch auf, genau wie wir, um irgendwie, keine Ahnung, Arzt zu werden oder was ähnliches, was wirklich Zeit einfach erfordert. Und dann haben sie einen Beruf, der, ähm, ja, extrem anstrengend war, was die Ausbildung angeht und auch von den Arbeitszeiten her sehr anstrengend ist. Und der Druck und die Stresssituation, mit dem die umgehen müssen, ist ja genau gleich wie bei einem Arzt in der, ja, auf der anderen Halbkugel der Erde. Und trotzdem, trotz allem, können sie halt nur ihre Landeswährung verdienen, die halt über Nacht extrem, äh, Entwertung erfährt. Und da finde ich das einfach dann, ja, wirklich großartig oder hervorragend, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, dann zu sagen, okay, okay, ihr habt das einfach Pech, aber guckt mal, hier gibt's was, das ist wirklich für alle gleich. Die Menschen in der, auf der Nordhalbkugel müssen genauso viel zahlen für den Bitcoin, wie ihr auf der Südhalbkugel. Und der Bitcoin in den USA hat genauso viel Wert, wie der Bitcoin irgendwo im Sudan oder sowas. Und das finde ich, das finde ich einfach, äh, ja, wirklich eine, ähm, eine Chance, die, die unfassbar ist. Und die Prozentzahlen, das ist halt schwierig zu greifen, wenn man jetzt hört, gut, 50 Prozent, klar weiß man, es ist irgendwo die Hälfte, aber es reicht ja schon, äh, einfach ein Dreisatz, wenn man 100 durch 12 teilt, also die Monatsgehälter, dann kommt man auf 8,3. Das heißt, wenn man 8,3 Prozent Inflation hat, ist es so, wie wenn du einfach statt 12 Monatsgehälter nur 11 bekommst, weil dir halt einer fehlt. Entsprechend krass ist es halt irgendwie bei 83 Prozent oder sowas. Das ist total verrückt, finde ich. Und man hat halt keine Vorstellungen davon, wie es in anderen Teilen der Welt zugeht. Und das, ja, habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, finde ich einfach, finde ich ganz krass, dass Bitcoin da eine Möglichkeit bietet, eben gegenzusteuern. Genau. Und deshalb, da finde ich es auch ganz interessant und auch, glaube ich, ganz empfehlenswert, mal zu schauen, so ein bisschen mal sich damit zu beschäftigen, wie das, glaube ich, gerade so in Venezuela abläuft. Oder halt auch in anderen Ländern, weil es ja auch andere Auswirkungen hat. Wenn zum Beispiel halt die Währung ist immer stabil, das heißt, du kannst weniger kaufen. Das bedeutet ja auch, wie du schon gesagt hast, soziale und politische Themen stecken dahinter. Weil wir wollen uns nicht vorstellen, aber stell dir mal vor, wir haben doch irgendwann mal den Fall, dass der Euro halt um 50 Prozent sinkt. Ja. Was passiert dann? Ich glaube nicht, dass dann hier die Stabilität gegeben ist. Und da merkt man einfach mal, welche krassen Auswirkungen das auf so eine Gesellschaft haben kann, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Deshalb auch da wiederum schöner Punkt. Vielleicht betrifft es uns aktuell noch nicht, aber es ist ein schöner Gedankenanstoß, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach mal zu, sich mal wirklich zu fragen, wie funktioniert unser System gerade? Welche Gefahren stecken dahinter möglicherweise? Und welche Absicherung oder welche Gegenbewegungen gibt es denn da? Und ich glaube, das ist schon der große Punkt, den man da mitnehmen kann. Ja gut, gut, wir wissen natürlich nicht, ob Bitcoin jetzt das Eilheilmittel sein kann, was das angeht. Nein. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz, der komplett entgegengesetzt von unserem aktuellen Finanzsystem eben funktioniert. Und ja, da bin ich gespannt, was es mit sich bringt. Und die Möglichkeiten sind halt, egal wo man jetzt und aus welchen Gründen man kauft, nahezu grenzenlos. Natürlich verbunden mit einem extrem hohen Risiko, aber trotzdem die Möglichkeit, daran teilzuhaben, es ist, finde ich, wert, das Risiko einzugehen. Also das ist mein aktueller Stand. Das ist eigentlich ein guter Abschluss, ein gutes Zusammenfass. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Nee, also zu dem sozialpolitischen Punkt habe ich nichts mehr. Wir sind ja auch schon gut fortgeschritten in der Zeit, aber ich denke, wir haben beide noch einige andere Punkte. Auf jeden Fall. Wie gesagt, in unregelmäßigen Abständen haben wir jetzt vor, darüber zu sprechen, was Bitcoin für uns ist. Und ja, wir würden uns freuen, wenn euch das interessiert. Und wenn es euch interessiert, dann werden wir da natürlich noch weitere Folgen zu bringen. Genau. Sehr gut. Gut, dann Jonas, haut doch wieder die Formalitäten raus. Mach ich. Dann sind wir fertig für heute. Genau. Ja, also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hat es auch Spaß gemacht so ein bisschen. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich finde es ein spannendes Thema, wenn man am besten das zusammenfassen kann so ein bisschen. Und ich glaube, in zehn Wochen, in zehn Folgen oder in 15 Folgen, wenn es das nächste Mal kommt, kannst du dich ein bisschen ändern vielleicht. Kann gut sein. Genau. Und wer es hören will, natürlich deshalb gerne uns folgen bei Apple, bei Spotify und bei Apple auch gerne die Bewertung schreiben. Wir freuen uns über jede einzelne. Wir schicken uns ins Gegenseitig immer zu, die Screenshots und freuen uns und 20 darüber, wenn es Feedback kommt. Ja, das machen wir wirklich. Und das freut uns echt, weil wir uns immer denken, okay, vielleicht mag das überhaupt jemand und was erzählen wir da? Ist das alles richtig? Aber wir freuen uns wahnsinnig über die Bewertung, deshalb gerne her damit. Ja. Genauso, ihr findet uns bei YouTube, da gibt es die Audioaufnahmen dazu und alle irgendwelche Hinweise oder wir sind, da gibt es bei Twitter, da könnt ihr uns gerne folgen und da auch gerne Fragen stellen, Anregungen. Wir kriegen einige Nachrichten rein, die wir dann auch gerne in diesen Folgen hier besprechen werden. Und deshalb immer her damit, wir freuen uns wahnsinnig darüber. natürlich auch über Kritiken, wenn irgendwas verbessert werden sollte, gerne eine Nachricht schreiben und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit. Jo, so sieht es aus. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.